Wir hatten eine außerordentlich gute Stimmung und das gilt sowohl für den Bereich Klima, Lüftung, Heizung, aber eben auch für den Sanitärbereich. Alle sind tatsächlich sehr zufrieden. Die Messe hat eine Riesenverantwortung unter dieser Branche, nämlich zu Bereichen der Klimaziele, zur Reduktion von Energieverbrauch und Wasserverbrauch übergeordnet. Natürlich auch das tollste Design, die neueste Technik zu vermitteln und das ist außerordentlich gelungen. Wir haben ja Veränderungen vorgenommen, wir haben eine neue Hallenkonstellation, wir haben ein neues Rahmenprogramm. Noch reichhaltiger, auf dem Punkt, maximal genau und da waren Highlights en masse. Aber eben auch zu sehen, wie die Umstrukturierung mit der neuen Halle 12 beispielsweise super funktioniert hat, was auch für die neue Tagesfolge gilt, Montag bis Freitag. Wir haben einen Ausstellerrekord, das ist großartig. Wir sehen hier, dass die Internationalität signifikant steigt, was die weltweite Bedeutung der Weltleitmesse ISH unterstreicht. Deswegen kommt der ISH 2021 eine mindestens so große Bedeutung zu und ich wünsche mir, dass diese Welle, die die ISH jetzt auslöst, weiter wirkt. Bis zum nächsten ISH.